Ich bin Dennis Roth. Mein Name ist Silja Widerkehr. Ich bin Elia Aetint. Beim Formenbau ist es relativ divers. Wir machen jetzt hauptsächlich Gussformen, teils Prototypen oder Metallfräsen. Das ist ein sehr abwechsliger Beruf. Meine Freunde. Eigentlich weiss niemand, was das für ein Beruf ist. Wenn ich es ihnen erkläre, dann sage ich meistens, das ist für die Polymechaniker einfach ein Fachrichtig Kunststoff. Weil ich noch viel mehr mit Kunststoff arbeiten kann. Das Schwierigste an meinem Lehrberuf, würde ich behaupten, ist jetzt nicht der Beruf selber, sondern nicht die Schule. Es gibt viele, die man in meinem Beruf nicht machen sollte. Und sicher der grösste Punkt ist, ungenau zu arbeiten. dass es ein mega cooler Beruf ist. Und dass wir von Hand arbeiten. Dass es interessant ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Wir arbeiten mit mega unterschiedlichen Materialien. Und dass es mega Spass macht, also finde ich. Wenn ihr noch viel Freude habt, macht es nicht. Das würde ich sagen. Ich kann nicht sagen, dass wir der Beste war, ist schon ein tolles Gefühl. Es hat sich wirklich gelohnt mitzumachen und das jetzt auch zu gewinnen. Und die Chance zu uns zu werden, die Chance zu uns geben, ist wirklich ein ziemlich cooles Gefühl, das man kann. Das war ja. Das war ja.